So meine lieben Freunde und wir sind bei der nächsten Mission und wir sollen Repair Exhaust, my car becomes significantly loaded, my muffly is probably damaged. Das heißt irgendwo hinten am Auspuff ist irgendwas kaputt, das heißt wir sollen den Auspuff auswechseln. Dafür brauchen wir unsere Hebebühne. Und dann werden wir mal schauen was an dem Hintern von dem Auto denn so nicht stimmt. Was sollen wir eigentlich machen? Repair, okay wir sollen das nur reparieren, das heißt wir bauen die Teile aus. Alle Teile die zum Auspuff gehören bauen wir mal aus. So. Da gehört ja noch jede Menge dazu, das wäre nämlich nur das. So. Haben wir das auch. Das Ding auch nochmal mit weg. Und dann müssten wir mal gucken, wie die Teile, wie die Teile so aussehen. Wir nehmen mal alles ab. Okay, das gehört nicht mehr dazu, das heißt hier erstmal raus. Und dann gucken wir mal, Inventar. Okay, das ist abgefuckt und das ist auch abgefuckt, aber richtig abgefuckt. Das heißt wir reparieren die Teile. Oh, okay wir können das nicht reparieren, das heißt wir müssen die Teile neu kaufen. Das heißt wir brauchen neue Muffler, 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 Rear. Okay, Muffler, 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 Rear. Na wo sind sie? Muffler, 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 Rear. Zack, dann haben wir die Sachen auch und dann können wir die Sachen wieder einbauen und ich denke mal dann ist die Mission auch. Okay. Ähm. So. Äh ne, wir wollen einbauen, einbauen. Yep. So, das erste Teil ist dran. Die Kamera wieder ein bisschen drehen. Zack, da brauchen wir das neue ein. So, das haben wir auch. Das nächste, das ist 77%, das ist noch alles super in Ordnung. Da brauchen wir nichts Neues kaufen oder auswechseln. Und das letzte Stück. Und blub. So. Das sieht doch gut aus. Die neu ausgewechselten Teile sieht man sofort. Gefällt mir, Auto runterlassen. Dann können wir nochmal ein Inventar und das können wir verkaufen. 67 Dollar, 13 Dollar. Das ist gar nicht schlecht. Mission ist. Komplett. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Mission wieder. Tschüss, bis da.